Es war einmal ein Rotschopf, der hatte weder Augen noch Ohren, er hatte auch keine Haare, so dass man ihn an sich grundlos einen Rotschopf nannte. Sprechen konnte er nicht, sprechen konnte er nicht, denn er hatte keinen Mund. Eine Nase hatte er auch nicht, er hatte sogar weder Arme noch Beine, er hatte keinen Bauch, er hatte keinen Rücken, er hatte kein Rückgrat, er hatte auch keinerlei Eingeweide. Nichts hatte er, nichts hatte er, so dass unklar ist, um wen es hier eigentlich geht. Reden wir lieber, nicht weiter darüber. ... ... Vielen Dank.